wala dufte lange zeit ist es ja lange lange zeit ist ja ja gold wird es zu ihm geflogen ja ganz zufällig ganz spontan eigentlich ist nicht da ist von uns gegangen also so schlimm war es jetzt nicht nein noch nicht ich meine jetzt geht es nur mit einem halben bein drin aber das dauert noch ein bisschen also jetzt übertreibst du nein das geht von dem alter her erste älter zu von uns das heißt nicht dass er mit einem mit einem halben also die eine halbe halte ich mir jetzt dann noch dann noch ein halbes bein und wenn er dann irgendwann so 70 80 ist dann fehlt nicht mehr viel sind es eineinhalb beine jetzt gedanken machen weil ich glaube in der runde bin ich jetzt momentan die älteste das glaube ich nicht ja bist du jetzt auch immer schätzt mal aber man sieht mich ja nicht deswegen ist das schwierig zu schätzen etwa 32 nächsten monat okay dann bist du tatsächlich älter nice wann habe ich geburtstag ah nee oh schuldigung entschuldigung im jammer habe ich geburtstag ich bei erster advent ist dachte wir hätten schon weihnachten weihnachtsstimmung das ist alles so schön das tut mir leid ich hatte gerade singster gestern erst nein nein reicht mir als weihnachtsmusik für dieses jahr danke sehr gern was höre ich deine zugabe nein nein bitte nicht einfach nein alles ist besser als durch den monsoon oh ja durch den monsoon okay ich hoffe verdammt ich da ist er weg geflogen so ob alle und rein ich sollte mir vielleicht mal wieder anmachen er frisch ist du bist ein cowboy wie ich sehe ein weißer cowboy mit einem weißen hut ja ich bin zitrus caeser ich bin passend zum ersten advent heute eine rote weihnachtskugel mit käse hoffe ich mit käse natürlich mit käse gut der weihnachtskäse ich hatte schon angst du bist eigentlich den käse wie man mit weihnachten verbindet also quasi nur weihnachten gegessen wird nicht dass ich wüsste ich wüsste jetzt auch nicht weil wir haben wir haben wir haben wir so viel euch ja wobei back kann man wer wird glaube ich auch nicht so obwohl ich mag die bahn nicht oder die bahn mag nicht nicht wo bist du eigentlich gerade schon weg vor die grad sagen wie spät ist es denn bei dir wie spät ist bei mir ist ist 18.10 weil gesagt wissen wollte es wie spät ist bei mir ist sie an unserem breiten grad du bist schon oben oder was ja ich bin schon ich bin schon drin sowieso ist ja die uhrzeit ich glaube ihr redet dann vorbei oder die meinen ob du noch zu hause bei dir bist oder ob du schon ach so wie spät ist also ich bin noch in zu hause erst nächste woche ich sag doch ihr redet alle vorbei du hast es ein typ etikettenschwindel klappt doch noch gar nicht ich habe ja gesagt ich bin am 30 erst weg ja wir haben doch schon advent ja okay aber am 30 werden wir den 28 das ist das letzte mal und dann seid ihr mich für das erste los ich jetzt wirklich da oben am wasserfall hängen geblieben bist du ich das erste mal auch am dreißigsten ich doch du wärst schon weg nöp nöp dann würde ich glaube ich okay vielleicht würde ich euch sogar so würde ich sogar noch streamen nein ähm würde ich sogar noch mit euch streamen würdest uns streamen was du würdest uns streamen ja ich würde euch auch streamen das ist gut ich meine das mache das könnte ich mir sogar vorstellen dass das wir immer machen aber stream ist eine andere sache ist das fies juhu na man das ist doch alles scheiße hier und du springst 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 immer wieder wo liege ich denn jetzt bist du stark dufte wozu kann man eigentlich in das fenster rein ja ja kann man ich war nur zu dumm dazu ich bin dran 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 das wäre so ein äh roter herring nee man kann tatsächlich rein und ich habe es probiert aber verkackt ja jetzt bist du da reingegangen ja nick mich nein ich verzichte nein ich habe jetzt woche geduscht letzte woche erst ok das ändert nicht wirklich viel für mich wenigstens na oh ich bin zu dumm alter ehrlich oh weil ich hier liegen willkommen im club frisches ich bin auch gerade nicht äh die intelligenz bestie weiß ich ja danke danke und äh hinter euch ist auch äh wenn ihr unten seid hinter euch ist ne ich muss erst aufs wasser kommen ey du hupste warum wenn ihr unten seid hinter euch ist äh nein 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 da könnt ihr reingehen seht ihr das Rohr ja ich habe es gefunden ich müsste erst mal da unten landen das ist das größte Problem ich bin noch nie rein in das scheiß Rohr das ist ziemlich einfach ähm ich muss mal kurz meinen Kater aus meinem Zimmer lassen bevor er hier den Teppich zerkratzt ach ich habe es geschafft oh 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 Dürfte geht Dürfte geht ein bisschen platschen platschen ja ich mag das Wasser Dürfte 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 Typ mit Fischis äh mit Fischgeruch hm Fisch ist ja wegen den Fischen Fisch ist vom Fass ne Fisch ist vom Fass Fisch ist vom Fass Fisch ist vom Fass ich bin letztes geil ich bin letztes wieso freust du dich darüber weil ich endlich weiß wie es sich anfühlt oh nein 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 Citrus Cäsar vielleicht ist das nicht so gemein wenn du wenn wir mal wieder letztes werden vor Schuss hast du oh Gott Gott sei Dank ist er weg na ihihihihi das ist doch gemein wo muss man denn hier hin mein armer Citrus Cäsar mein armer Citrus Cäsar ich hab mir gar nicht so sicher ich hab mir gar nicht so sicher heil den Citrus Cäsar so in etwa ja aber Citrus nein der bleib da liegen na come on nein wer war das Gieß Luis Fisch hat die doch Luis nicht immer mit rein doch nein Luis ist an allen schuld bleiben durfte Luis hat auch Gefühle ich schau jetzt Mira zu was ich schau dir zu ich bin nämlich schon im Loch ich schau dir zu mit einem Wort sie stalkt dich jetzt ja nein wer war das ich durfte nein ah ok vergisst das du wenn das so weiter geht gebe ich gleich das Loch auf hier wird nicht aufgegeben doch nein ich habe schon so oft alles aufgegeben ich fahr grad über den Wolken über den Wolken war da die Freiheit grenzenlos jo alle Ängste alle Sorgen sagt man mir immer liegen darunter verborgen stimmt das jo ja wie gehts weiter würde das sonst groß und nichtig erscheinen plötzlich ne wichtig erscheint plötzlich nicht dich und klein jo das macht sie besser ne nicht wirklich schnitzel wer ist jetzt noch im Spiel mir der Käse komm schon Käse das schaffst du ich finde ich bewundere gerade wie dieser Käse am leuchten ist ich finde das so geil das ist so ein Puffkäse der ist rot beleuchtet nein ich bin heute Chili Käse Chili Käse Chili Käse ei 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 also für mich leuchtet er nach Kernkraftkegel dann kann Kraftwerk k nein ah Dankeschön voll nett das gibt's doch hier nicht ey nein 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 mein Citrus sorry sorry dufte dufte wer auch immer das gerade war das war voll nett dass du mich da auf die andere Seite geschubst hat weil ich bin jetzt drin ich weiß noch nicht mal wo ihr seid es könnte sein dass ich es vielleicht gewesen bin unabsichtlich wir sind durch den Monsum ich hab dich nämlich kurzzeitig noch gesehen Mira wo muss ich denn hin bevor alles passiert ist geschafft ich bin drüben ich bin drin dim 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 was macht frisches denn da ach da ich wusste gar nicht wo ich hin muss ach hier aus ich bin ich muss dir sagen ich mag diese Map ich bin zweite das freut mich ich mag sowas nicht ich mag die Mil ich mag inglés ich mag nicht wohin müssen wir müssen da hinten hin da schubs nicht rein das das schaffst du auch selber ich glaub ich das sogar ich bin drinnen ben ben hat's warum hat's te 提 Tat 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 das war eine dieser endlosen songs die man wirklich dieser harte weg ist aber hart dieser weg wird kein leichter sein mein freund er ist mega steinig ist auch schwer ist auch schwer gut dass ihr nicht gewählt hat ja ich habe mich jetzt natürlich ja hast du gut gemacht der weg ist kein leichter ist ein harter obelix obelisk oder obelix da wo die schranke ist wir müssen die da wo sie auch gerade liegt genau dort wo ich einmal die schanzen tournee machen ja einmal hinter den bergen bei den sieben zwergen bei den sieben pilzen bei den sieben tisch bei den sieben bekifften zwergen nein sie sind nicht bekifft weißt du nicht nur zu viel geraucht ich meine wenn die sind dauernd ich meine die arbeiten in der mine und sind trotzdem glücklich ja es kann auch spaß machen ein minenkind zu sein inwiefern hast du die was die jemals in den wien museum das war nicht nach spaß aus sagen wir es mal so wenn ich jetzt hier bin wo muss ich dann du musst auf die schanke da wo die schanze ist und dann über die ganzen felsen war jetzt rechts und egal die war das links du bist geradeaus du musst gerade sie muss links von der brücke über die chance ist ja sie muss aber gerade von der schanze springen das ist gut ich bin trotzdem zweite wer hat mich gerade zurück und muss über die schanze auf dieses feld hier auf dieses feld hier ja das ist ja golf in der zukunft so ein in der zukunft die bälle können schon springen ja wir haben bis zu einem gewissen punkt ein eigenleben flummigolf willkommen jetzt die der neueste trennsport aus japan schflummigolf japan 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 japaner warte wie wir das nochmal mir zeit für völlig abgerätes japan 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 genau sowas bett schätze was haben wir nicht immer diese ganzen was haben eigentlich die fledermäuse immer damit zu tun weil man ja bett schätzt sagt also bt ich habe keine ahnung mir meine fresse du bist gut das heute wie man so schön sagen würde ein lauf der rote käse alles liegt in der farbe vielleicht wirst du immer den roten käse haben oh irgendwann ich werd verrückt was macht ihr denn ähm rumspielen ich spiel dein video spiel ok rumspielen ich spiel konjak konjak ja nicht rum ach so ha oder wodka mal gucken mal gucken ach come on ja ich lasse luis nicht daraus ein duft hier ist ja auch schon drin was also durfte ja duft sachen gibt's ja ich hab's geschafft ja krasser scheiß bei sio kannst du halt was dauern er ist leicht in disponiert egal was soll's jetzt auch ne ich hab nur noch einschlag ja ja wie soll ich dir jetzt schaffst guck jetzt bist du oben guck mal da oben wäre das loch gewesen da hättest du reingemusst hallo mappa einen wunderschönen ersten advent wünsche ich dir moin mappa ich hatte im übrigen bis äh nein 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 das ähm mit gefühl als wenn du deine schwester küssen würdest echt hast du vergessen ja ich dachte es wäre ganz normaler sonntag ne aber dann so oh es ist erst advent hä wo muss man denn jetzt hin komm doch nicht drauf auch grad wo muss man hin ach in der mitte ist die fahne hä ach da ich wäre fast weiter gegangen oh come on ne ne wie kann man denn so viel pech haben hier wo bin ich nicht warte mal ah oh gemein dankeschön aber wohl nicht gemein aber danke mappa ich hoffe es geht dir soweit gut so noch sechs ne warte doch sechs löcher noch und ich bin ziemlich weit abgeschlagen also ich glaube nicht mehr dass ich das äh ach du grüne neune wo ist denn hier das noch ich bin jetzt hier gelandet nein oh ich habe äh eine abkürzung gefunden scheinbar echt ja warte kurz genau wenn ihr da runter geht ah nein ganz langsam noch langsamer ja noch langsamer aber genau wie frisch ist es gerade gemacht hat dann da ja ich fall da trotzdem einmal rüber ach und dann noch langsam geht es schon nicht mehr ich bin drin ich bin drin ich auch freutai mera ist drinne frisch ist es drinne jetzt fehlt nur noch äh zitrus caesar und der dufte tüv duft nicht zu wechseln mit duft des streams ich möchte das nur anmerken nein äh hast du darauf gewartet bis alle weg sind das macht es vielleicht leichter wir sollten uns alle vielleicht mal nacheinander aufstehen ich bin mir gerade von meinen eltern ich hoffe es war schön mappa ich hoffe du hattest einen wunderschönen tag das war ja nur langweilig grünes ding wo bin ich da achtung äh mira da kann man auch runterrutschen das habe ich gerade festgestellt der bomster ist nicht ich glaube ich habe dabei ein loch weil ich da alle durch den daumen stumpf ja daumen stumpf was ist ein daumen stumpf hinter die welt nicht schon wieder bis keine regeln nicht schon wieder wasser scheiß ja genau ok 4 4 weitere da drin hä ja warum kannst du das so gut weil sie es öfter spielt irgendwas muss sie ja gut können hey ja wenn ich sonst schon nichts kann dann wenigstens das hey das ist nicht wahr das war kannst du sowas nicht einreden genau kannst du sowas nicht einreden das ist nicht witzig und auch nicht funny nein wer hat mich denn da wer hat mich denn da wer hat mich denn da wer hat mich da gebummst du hast mich gebummst ney ich bin da gerader erst zurückgespawnt duvde ich war unschuldig jetzt bin ich ihm immer wieder versaut hier auch Eidari hat mich gebummst performing du hast mich gebummst ne du mich von hinten eben volle granate ne du mich ich hab's doch gespürt in diesen in diesem stream ist immer wieder netz geschafft es gibt auch einen anderen weg immer ein weg außergewalt ich habe mich damit abgefunden dass dieses loch als letzten diesen kurs als letzter auf den letzten platz kommen so das wollte ich sagen ja gerade da ja ich zeige wann das denn seit keine ahnung noch vier oder drei ist wahrscheinlich das ist dann verkackt ja dass ich nicht im zweiten platz bin das ist sie das bist du ich habe mich dem CEO angenähert warte kurz wie sage ich daran ist eigentlich nicht wirklich was wohin müssen wir runter ja im Prinzip wenn du glück hast kommst du runter wenn du glück hast wenn du pech hast nicht okay okay ich hab's verstanden Zufallsprinzip muss nur geduld haben geduld was ist das kann ich das essen ich glaube obwohl warte wenn vielleicht das was französisches geduld ein französisches gericht mit schneckenfleisch woher kommt diese wann haben eigentlich die franzosen angefangen und warum haben sie angefangen schnecken und frösche zu essen wo lieg ich jetzt jetzt hat man einfach alles gegessen ja neun oder war das gut nein oh dufter genau in der Kante wie viel Spruch es da einfach liegt hast du dich etwa verkannt das wird nichts nein ich werde dich nicht an bumsen in dieser kurzen Moment wo er überlegt ob er das Wort sagt ja so soll ich das jetzt sagen das hat mir so gefallen bei den ganzen bunten bellen ist das wie Billard ein bisschen ne ja bloß dass wir keinen obwohl dann gut wir haben den Schläger aber wir haben kein Spiel mit der falschen Seite ja ich will jetzt Schläger nennt man doch Kühl oder ja Kühl genau was Kohl Kohl was habe ich was falsch gemacht was für ein Frodo du hast mich gewummst was ist das mit Frodo hey das ist wieder dieses Spiel was wir auch schon öfter mal hatten das so was ähnliches jetzt bleibe ich hier nicht hängen oder doch du kannst ja springen oder geht es gerade nicht ne da geht gar nichts mehr dann musst du schlagen Juhu Juhu immer diese Gewalt Guck mal und jetzt sind so ne Kacke da und nochmal nein hallo sag mal und dann ganz vorsichtig darunter vorsichtig ich bleib doch an der Hände dreimal hängen geblieben an der Kacke also ich bin schon drin ich wurde zurückgesetzt ich springe jetzt einfach immer ich bin schon drin das äh ja das ist der Wien der Daria hab ich ja Wien der Daria nein ey Juhu nebenbei ja ganz kurz hast du das gesehen? ich hab's gesehen das war jetzt das vierte Mal du war mal ab jetzt geschafft ich werde ja nochmal zurückgesetzt und wieder nein come on ach nö du bist es mir geht es genauso wie dir ich leide mit dir danke fürs freimachen jetzt werde ich aber hier nein das Ding will mich doch ärgern ja wie kann man denn so viel Pech haben? ich glaube uns beide frisches ich werde deswegen noch letzter und? ah ne das ist ja Sio ich wollte gerade sagen da musstest du aber ganz gewaltig zulegen Sio ist jetzt drinne endlich G's Luis nein doch ich bin drinne ich bin drinne und du bist es noch nicht äh spät nein war gemein ich bin drinne und du noch nicht oh das ist ja ist ja mein letzter Schlag ach ja okay und äh mir hat's auch nicht geschafft ich hab Militärhelm aber ich hab trotzdem ein Krönchen bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020